Wenn erst mal der Bus zu spüren kommt. Naja. Und so komme ich jetzt zu spät zur Schule. Leider Gottes. Aber so ist es nun mal. Das ist so ein Ding, das kann einen einfach nur aufregen. Und ja. Ich weiß es selber nicht. Aber ich finde es einfach nur blöd, wenn der Bus jedes Mal zu spät kommt. Aber so ist es.